ja die jahre 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 leute und herz willkommen zu einer weiteren Folge nach mein Gott der Gap damit Markus und die Euro und mann und er hat ja und mit dem Geile ist wisst ihr was das Geile ist wir gründen nicht eine geheime Bruderschaft das Geile eine geheime Bruderschaft Bruderschaft Bruderschaftsorden das funktioniert schon mal nicht warum funktioniert das nicht Tietz 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 wenn warum funktioniert das nicht dem 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 der ach so ich musste schon noch was einstellen naja ich sollte da ein item reinmachen Höh weißt du mir das Quep Höh wo bist du ach so komm ich hier schon wieder reinkommen hehehe mein Quep nein hm hm Export nein ne Import was der ist der hier da muss das rein müsst du da machen dann lass mal probieren hm hm das war nicht unseres ne hm hm was macht ihr zwei Lappen schon wieder nix hm glaub ich dir das nicht wenn du das sagst Markus hm oh oh ungut ungut ich sag mal wo treibt ihr euch eigentlich rum mit meinem Dschungel oder nicht war ein Teppel ja matcha hm wir suchen noch eine geheime base hm warum arbeitet die Workbench jetzt nicht muss man die aktivieren braucht die Strom die braucht Rezepte hab ich drin das Rezept ist drin du musst dir ein Input geben und ein Output geben hab ich auch ich glaub das ist das eh nicht richtig gemacht na guck das an oh motzt ne guck die nicht oh 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 jetzt soll ich langsam wieder oh 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 hm 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 okay ich muss mal hier so provisorisch dabei hier was so weißt schon so ne ne ach so ne ach so mega langsam alter das war nicht unsere base ne was das ding was ach so ach so das ist Käse blade hast du da geschrieben ja ja ich hab das jetzt ja da hab ich's noch gecheckt aber jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie ist das dumm aufgeworfen oh fuck hier drin da hab ich mich gefragt was du machst ähm ähm also nicht uns das jo 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 was machst du willst du irgendwas tun hier mann das ist behindert mit dem workbench die macht gar nix ja 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 warte hier einmal für die abonnenten ja die folge kommt heute eigentlich erst raus weil wir haben es kack gehabt am wochenende ja so jetzt 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 wissen die auch bescheid und ähm hm 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 deswegen was machen wir hier ich krieg das ding hier nicht zum laufen das ist doch für schiss der import der liefert Ware gell import was mal kurz es gibt da eigentlich eine super einfache lösung für einfach mal ein schalter drauf wie wär das ja aber das ist jetzt nicht schafft aber das ist jetzt nicht schafft wir haben keinen schalter ja hopp hopp raus was wir verschließen das luftdicht raus hopp hoch mit dir ja das ist ja das ist ja jetzt müssen wir unseren geheimen links sie gründen das war jetzt gerade eine eine art attentat leute da kann man dass wir alle stickies mitgenommen kann das sein nein also im system befinden sich aktuell 622 stecks äh guck mal was habe ich hier verkehrt gemacht alles warte zeigt mir am besten mal dein geheimen geheimen zeug das hat hier hinten wir gucken mal was futter schon wieder für geheime sachen macht und die zerstören wir dann wohl viele fehler wo es hier hinten ja über dir ja ich komme ja schon hier ist die werkbench da ist der input warum funktioniert das nicht weil du sagst er soll in die bench ja export nimm es aus dem system und tue es raus also muss es um ein system exportieren was zum rum funktioniert das muss man sagen das ding gehört zum system und nicht zu dem tisch oder dann kommen wir sehen da jetzt bin ich gespannt das hier rein ja als kraft jetzt echt ja 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 wohl so und das soll jetzt dann in da rein in da rein import nein das ist das verkehrte der importiert das wo ist denn hier da ich würde nach unten drunter er hat das muss da unten drunter das hat feste positionen an dem block foto das muss unten drunter hast du jetzt beides importieren lassen oder nur der boxen ja aber macht doch nur boxen weil sonst hat's nie aufs krepp rein zu pumpen denn doch nicht sehen wir mal wie schnell wir ins krepp verbrauchen wir haben über 10.000 krepp verbrauchen obwohl das ding an ist bei mir einfach inzwischen strom haben dem mit fünf millionen energie haben in der im puffer ja das ist das einmal schlafen gehen und dann würde ich sagen auf auf zur zur gründung mark das können wir das nichts ich tue mal unser ding hier mal erweitern weil das reicht mir nicht bis zu wenig nein vor der bett warum weil ich sie sagt hat das schwere nacht ja hier im chat auch einmal hier offiziellen naja oder nicht lesen aber das ist so ich bin noch nicht was produktiv ist er was dein server hat erkannt was ist ein lappen alle die bringen 40.000 mpfeiler mpfeiler keine ahnung bisschen besser was ist das marken also kommt selber schreiben kann ja jeder was nur wo gehen wir stehen natürlich dass ich noch einmal die richtung da steht lulu in seinem anderen aber auch es ist der elektrozauner oder boxtum ist die die euch in einer langer zauber auf auch auf auch das gefährlich okay dahinter es ist sicher und wenn ich dahinter ja ja dann ja dann let's go würde ich sagen google q u a l l y gibt's nicht gibt's schon nicht bei too many items so gut hier in der aufnahme da ist quarry jetzt lassen wir mal Futur weiter suchen ich habe ihn gerade sogar buchstabiert wie man es schreibt ich hab's mit q geschrieben das geht nicht q a äh q u ja ah dann kommt bei mir keine quarry ich hab's nämlich auf deutsch stehen dann muss ich das nämlich das deutsche Wort dafür eingeben ich weiß noch nicht was das deutsche Wort für quarry ist deswegen spielt man minecraft auf englisch weil Leute die Ahnung haben Deinbruch kennen nur englische Begriffe Deinbruch Steinbruch ja dann zu einem Steinbruch bei Diamantzahnräder bei Eisenzahnräder Markus, du wüsstest ich bin in den ja ich bin da auch in den aber aber ich hab ich falsch ich hab hier grad schweinchen ich hab hier grad schweinchen ah, da bist du ah ja, hab dich oh 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 Markus, das ist es der Berg jo 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 der ist richtig geil nimm mal noch die Piggis hier mit schweine piggis 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 das mal essen mit dem Boner auch die äh küs 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 normaler Werk das ist äh ja dann 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 da dann 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 das aber das ist ein Vulkan das ist ein saugeiles Baumaterial das da hinten ist noch einer Markus wo dann die Richtung wo ich guck mit kleinerer Mittelsicht hab da ja noch ein bisschen gold übrig gelassen wir haben ja noch gut aus dem Block ja wir können in den aber nee, das wird auch wieder dich mhm entweder wir gehen da weiter geradeaus oder wir gehen in die Schneewelt oder wir gehen da dann komm mal mit da dann ne ne aber das ist schon ziemlich weit weg wieder ne naja wir können ja ne Wobdor bauen ja aber Vulkan wär schon geil boah alter wie heiß du hast gesagt da hinten ist noch einer oder? ja waren die eigentlich random? wo ist der? folg mir ja natürlich das war alles random ja ja da kann das ja bei uns mitten in der Base bohren oh man wär echt bitter der hier ja ja ach wie heißen die da stock alter wie 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 hoch geht der äh wie tief geht es lauer? nur das da oder? geht bis fast runter nicht mehr hinterher gehen bitte jetzt ja ja ich geh nicht das hab ich doch alles wie die Gesteinbruch oh ich hab keine Blöcke dabei scheiße ich hab dabei oh oh nein das soll ich jetzt nicht tun äh auf welcher Taste hab ich das gemacht? auf welche Taste hab ich das gemacht? flugenmodus ändern was hab ich dir da gesagt? welche Taste sollst du das legen? ähm z z ne h glaub ich ja h dankeschön das haben wir was sind das? quats das brauch ich doch nicht das brauch ich auch nicht nämlich nicht direkt in die Lava hoffe ich ok jetzt bin ich raus aus wollen wir den eigenen machen oder so? ich würde hier unten machen oder? ja warte ich ich zeig dir gleich wo ich hin will äh das ist ja auch greffer greffer die Lava stellen äh weil wegen den halben Dingern das ist ja das geile äh die müssen wir dann halt noch aus dem richtigen Material bauen damit das noch geil aussieht weißt du? und dann sind wir Boss Bossy mach mal der Eingang zu hier das ist nur die Frage wie dick ist das weil entweder wir bleiben jetzt hier weil ich glaube nämlich das hier ist nur ja das hier ist nur so ein Strahl quasi wir machen das die Frage ist sind wir mit dem Strahl hier zufrieden? weil eigentlich haben wir noch welche müsste ja auch irgendwo was geileres nämlich kommen warte mal ich probier's mal hier drüben doch Klaas was will denn der? aha Halt Glück hast du Fackeln? äh ja eine ja ich hab mir selber Licht gemacht Lava so was haben wir das? dann brauchen wir Redstone ja ich guck grad nach dem was 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 ich eigentlich hier erhoff von was wirst'n du? oh 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 Zombies suche ich nicht aber die sind hier und Creeper oh fuck wer äh hast du die Landmarks noch in die Mitte äh dabei oder hast du in das System? boah fast ja ich hab eh nur noch ein Schlag in meinem Schild auch gefehlt die schon noch kloppen können wir sagen hier ist das Lager alter das ist ne das ist eigentlich uncool eigentlich du bist uncool ja genau das suche ich oder? ja 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 oder? das ist die Quelle? ne die Quelle was sind wir denn hier? aber ne da schönes einfach den Stack verbauen oh geil da ist noch ne Höhle oh ich probier's oh ich probier's ich probier's geil und das ist voll viel Erze alter ja bei mir hier grad auch aber ich glaub jetzt haben wir nämlich am Fuß oh fuck jetzt hab ich's auch vergessen weißt du? jetzt äh müssten wir hast du Wasser? ah no hm weißt du dass wir das hier zu machen? zu Dingsen weißt du wie ich mein? du Dingsen hm mal weißt du Dingsen zu bauen wenn das ist alles das hier wird quasi Maccos also hm und dann der Mittler quasi die Solder lassen da was soll das sieht doch bestimmts geil aus oder eine Mündin nämlich genau boah du halt die Fresse die müsste irgendwo genau hier runterkommen warte ah nee sind gar nicht am Fuß des Vulkans der hier drüben oder und dem ich es sei noch immer ich hier sind auch mit ansteigen oder er ist ein mit ansteigen da wo ist mein Tunnel irgendwo muss doch mein Tunnel sein da muss irgendwo wir sind wieder runter mein Tunnel suchen es ist hier wo kam ich in einem Tunnel hier ist kann man in einem geschützten in wo bist du hier ist er wo ist hier jeder namen nicht ihr musst doch eigentlich trotteln ich bin da ganz hinten daher kommen er vor jetzt ihr weiter heißt es ist da ist mein Tunnel da und da ist dann der m da aber er hat das so zu sehen erbaut alle zwei Jahre her das ist es doch aber hatte ich mich dann nicht runtergebracht ab hier bis hier in euch nicht untergebracht ja oder wieder ein anderer Anni ich habe mich auf der Seite oder geordnet hier habe ich mich untergebracht auch da oder soll jetzt habe ich gesagt das war jetzt habe ich hier was das heißt auf Autos Willkenschlüssel ja also wollen wir sehen eine Zwischenetage bauen oder gleich hier oben weil eigentlich das Sonsten ist gar nicht so geil wie ich dachte ne ich wollte eigentlich hier oben bauen das halt das 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 noch bleibt das Lava Ding das wir halt dann da geht das überhaupt das ist da das so schief da ne das wir's verlassen und so da dann bauen groß halt bauen ja ja so ein Rundding hier außen rum quasi ach scheiße wie Bob mal jetzt das Ding wieder hab ich für's aber Leute ich würde sagen das war es dann noch schon mit der ersten Folge wir haben jetzt unseren Ort gefunden für die geheime Bruderschaft ich würde sagen wir haben dann die Staaten dann auch gleich die nächste Folge nach dem Jahr und bis dahin würde ich sagen wir sind wir sind nicht mal es mehr was und auch ich brennen aber das ist nicht gut an Clodding bei uns was heißt das gut gut ja so gut wie sitzt du ich weiß nicht halbes Herz tot ok aber das auch schritt so weil ich muss das nächste Mal eh nämlich das Zeug mitbringen ich musste eh noch mal heim das hat mir Weg erspart ja bringe Sachen mit ja heutzutage alles ne ich bringe was anderes mit dann haben wir nämlich alles und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin würde ich sagen noch nicht beendet Servus und Ciao Ciao Ciao